Und damit willkommen zurück, meine Freunde, zu einer neuen Runde Krono Trigger. Ja, das letzte Mal waren wir hier stehen geblieben, wir haben Herr Kran besiegt. Und jetzt geht es hier bei der Senanbrücke weiter. Unsere Nahrungsvorräte sind verbraucht. Ist bereits Nachschub aus Schloss Gardia eingetroffen? Unsere Vorräte sind zur Neige gegangen. Indem sie einen Schutzring um den Helden bildeten, brechen unsere besten Ritter die feindlichen Linien. Wir können Mardus' Armee nicht alleine besiegen, unsere Hoffnung ruht auf den Helden. Hat der Held allein die Stärke, es mit Mardus' Armee aufzunehmen? Scheinbar sind unsere Ritter und Mardus' Truppen in Kampf ermitten auf der Brücke, auf das wir siegen. Ich habe diese Geschichten über den Helden und seinen Amuletten nie geglaubt. Und nun ist er der einzige Hoffnung. Okay. Muss ich vielleicht noch irgendwas triggern im Schloss? Will ich jetzt sogar tatsächlich schätzen? In der Hoffnung, dass wir jetzt auch keine Gegner auf die Schneider triggern. Aber das sieht nicht so aus. Wer mag das? Oh, ihr seid es wieder. Da in die Herr, der legendärer Held, ist endlich erschienen. Er ist gerade angekommen und spricht mit dem König. Ja, wo war denn jetzt der König? Wahrscheinlich hier. Nun wird auch Königin Lena dahin siechen. Zyrus muss uns den Jungen gesandt haben. Oh, Dany, ich habe mein Königreich in den Stich gelassen. Da wir nicht wissen, wo Cyrus steckt, ist der Jungen mit dem Helm-Amulett unserer Einzige Hoffnung. Er sucht auf dem südlichen Kontinent nach dem Schwert, den Mardus besiegen kann. So ein Schmach. Ich habe ihn wie einen normalen Gassenjungen behandelt. Zum Glück vergab er mir, er ist ein Held. Der König kämpfte tapfer gegen Markus' Truppen. Hätte er nicht von der Ankunft des Helms gehört, wäre er gefallen. Vielleicht ist das jetzt zu triggert worden. Aber wir können trotzdem mal mit anderen Leuten noch reden. Der Mard-Koch muss sowohl die Front mit Essen versorgen, als auch den König gesund halten. Schauen wir mal. Hey, Duda, ist dieses Essen gut genug für den König? Was? Mein Bruder? Er... Hey, du... Es kommt davon, wenn man denkt, man sei der Einzige, der für sein Land kämpft. Wir müssen den König gesund pflegen. Seid auf zu meckern, werdet erwachsen. Ich kann trotzdem noch mal kurz... Da hingehen, zur Königin. Königin soll... Ja, okay. Nein, hier ist niemand. Gut, vielleicht ist das jetzt getriggert worden. Ansonsten habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Aber ich kann noch mal hier kurz schauen. Der Hauptmann ist zur Zähne an Brücke gegangen. Viele dort Verwundete... ...ruhen hier aus. Tut mir leid, alle Betten sind besetzt. Selbst der König versucht, sein Bestes zu tun. Also Kopf hoch. So, da hat der Hauptmann den an die Front. Meine Frontmann geht es an Nahrung. Malus hat schon drei taffere Kräger besiegt. Na gut, vielleicht ist das jetzt getriggert worden. Gehen wir jetzt mal zur Brücke zurück. Okay. 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 Hm, muss ich irgendwas anderes triggern? Oh, was ist das? Gehen wir mal ins Wohnhaus. Maddo's Armee hat die Brücke besitzt. Oh je. Wer aus der Welt kam mit dem Helm amulett heißer. Ist noch ein Wohnhaus? Ich war fast fertig mit der Glocke als Maddo's Armee unser König verwundete. Ich habe keine Arbeitswillen mehr. Hoffentlich wird diese Glocke mit einer friedlichen Welt läuten. Friedenstube? Hmm. Okay, er labert immer noch vom Essen. Habe ich irgendwas nicht beachtet? Na gut. Das wird mir jetzt auch nichts bringen. Ich gehe nochmal ins Schloss zurück. Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt in 10 Minuten gar nichts erreicht haben. Das wird das, was wir sehen. Das ist eine Frau, das war nicht mehr. Das ist die Frau zu sehen. Wir haben die Crew in der Bühne in der Bühne und in der Bühne am Schuss erwarten. Das ist ein paar Worte. Ich gehe nochmal in die Küche Wegen Der Nahrung Ansonsten werde ich gleich mal einen kurzen Schnitt machen Da hatte ich mit dem Essen für die Zähne an Wodka Männer sind solche Narren Die beiden versuchen wirklich sich zu vertragen So, ich versuche das jetzt nochmal Ansonsten muss ich mal schauen Wie es dann weiter geht Ah, jetzt wird was getriggert Nehmen das hier mit Rauchfische halten Und das ist für euch Eine Kraftpille? Nice Die kriegt dann auf jeden Fall Chrono Gut Äh, wo waren jetzt die Kraftpille Magiepille könnte sie haben Dann gehe ich mich doch am besten mal schnell heilen Bevor irgendwas dummes passiert Und ich kenne tatsächlich mein Glück in sowas So, jetzt müsste es auf jeden Fall hier weitergehen Sir Daini Ist das etwas für uns? Sicher Unsere Ration Der Koch, er hat uns alle gerettet Lass mich raten, dass das ist verdorben Nein, es passiert was Was ist hier los? Ein Kampf! Mados Treppen sind zum Angriff rübergegangen Sie durchbrechen unsere Verteidigung Hört mir der Heulerei auf Das ist ja beschämend für die Erritter der Tafel Heißt das nicht Tafelrunde? Wir werden Mavis Trump vernichten Und unserem König Ehre erweisen Aber sie sind über Zahl Dies ist unser Reichs Letzte Verteidigungstaffel Niemand darf sie durchdringen Verstanden Let's go Ich bin Ossi Mados Höchster General Wer sich Mados widersetzt Bekommt es mit mir zu tun Ja, meine Kinder Lasst sie ihr Verderben kosten Okay Dann machen wir mal den Stich Und ihr setzt eine Antipode ein Vielleicht geht der Skelett danach schon flöten Der absorbiert das Wow Gott Was ist Zauber verschwindet Sechs Tech-Punkte Diese Flöhe sind sehr, als ich dachte Ähm, ja Wart nur du Ich habe euch unterschätzt Aber das passiert mir nicht noch einmal Es ist aus mit euch Ruhe da oben Und das tun halt ich auch gleich Ich glaube, Feuer scheint zu absorbieren Ich bin nicht mehr Ich bin oder sie Ich bin oder sie Könnt ihr einmal bitte sterben? Oh, das war ein Quid. Und dann noch 16. Ich glaube, Feuer absorbiert. Nicht? Oder war das Eis? Also, sie braucht Hilfe. Verflext. So, das war's. Leht dich nicht mit Daini an, oder du wirst es bereuen. Was zur Hölle? Los, Zomber. Vernichte Serb Maros Feinde. Bosszeit. Okay, ich glaube, ich sollte... Ach, warte mal. Ich mag was anderes versuchen. Aber das macht doch so Schaden. Okay. Ach, er absorbiert Eis. Interessant. Kann er auch Gewitter absorbieren. Das würde mich jetzt ehrlich gesagt interessieren. Na gut, dann setzen wir mal keine Antipode ein. Und ich mach den selben Fehler gerade. Na gut, ich warte jetzt erst mal, bis Daini und Demon nochmal bereit sind. Dann kann ich mal ein Aura-Welbe raushauen. Verdammnis, 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 verdammnis. Oh, 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 oh. Ich muss ganz dringend was unternehmen. Nochmal ne Aura-Welbe. Feuerangriff. Warte mal. Ich sehe gerade, dass es zwei Schwachpunkte hat. Okay, der absorbiert Gewitter. Das heißt, ich könnte ein Antipode einsetzen. Und Daini hat mal schnell ne Tonne von Medium draus. Und Demon. Sie braucht es ganz dringend. Antipode. Und du greifst normal an. Okay, Daini braucht ne Heilung. Ach, Feuerabsorbite auch. Das heißt, ich muss ne Antipode rauszuhauen. MP-Sauger. Okay, war das also seine Abschlussattacke. Aber ich habe ihn besiegt. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall hier. Catiston Horse. Doreno-Stube. Mami sagt, ich darf nicht draußen spielen, wenn der Monster. Es ist so langweilig. Ist es wahr, dass der König verletzt wurde? Was wird das uns und unserem Land werden? Verschlossen. Aber ich habe da was blinken gesehen. Wo kann Cyrus noch stecken? Ob er sein Königreich verlassen hat? Mami soll über obstruhere Kräfte jenseits dem Monster verfügen. Was ist das? Doreno-Stube? Und du hast das? Sind Nardos-Truppen wirklich angerückt? Aber wenigstens ist der legendäre Held da, um uns zu retten. Soll ich etwas erzählen? Nein? Tja, jetzt sagt es jemand anderem. Warte mal. Goblins mit riesigen Hämmern machen die Denadoro-Berge östlich von ihr unsicher. Verbrennen ihre Hämmer sind sie jedoch harmlos. Ah, okay. Tut Buße, denn das Ende der Welt ist nach. Viele Leute gehen in die Gaststube, fragt dort, wenn jemanden sucht. Übrigens Energiewirbel bei Verschwinden durch eine... Energiewirbel verschwinden durch eine Schlagattacke. Die Natur ist im Gleichgewicht. Hast du den Helden getroffen? Nein. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Wie der Hoffnungsträger der Welt noch aussieht. Ich bin so aufgeregt. Vor hunderten von Jahren wurde ein Schwerk gemacht, das Masamune noch was heißt. Ja, Masamune. Ja, ich habe es schon gesagt. Dazu werden wir später noch was herausfinden. Wohnhaus. Hältestenhaus. Okay. Wir gehen jetzt erstmal weiter hier. Fionas Villa. Mein Mann Marco kam noch nicht aus dem Krieg zurück. Aber diese Wälder bedeuten uns viel. Daher passe ich bis dahin auf sie auf. Korrischstube. Taters Haus. Mein Sohn der legendäre Held muss am Hafermehl liegen und dass ich sein Vater bin. Aber gut. Was haben wir hier? Mein Enkel ist ein mutiger Held. Das hat er von mir. Okay, Leute. Ich werde mich nochmal heilen und dann würde ich den Part erst mal beenden. Hältestenhaus. Ah, wo kann ich denn jetzt auf die Schnelle übernachten? Ah, da. Und ich würde tatsächlich vermuten, Was ist das? Zauberwald. Aber hier gibt es ja noch was. Den Adoro-Berge. Dass es dort weiter geht. Also. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao.